Bei einem Amoklauf während einer laufenden Vorlesung an der Universität Heidelberg hat ein Mann eine Studentin erschossen und drei weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Später tötete sich der Angreifer nach Angaben aus Sicherheitskreisen selbst. Über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine offiziellen Informationen. Religiöse Motive scheinen die Ermittler auszuschließen. Bei Twitter schreibt die Polizei in einem Dialog mit einem Nutzer, dass bei den relevanten Details zur Tat Religion keine Rolle spiele. Wie bislang bekannt ist, feuerte der Angreifer im Hörsaal während einer laufenden Vorlesung mehrere Schüsse ab. Im Anschluss an die Attacke soll der mit einer Langwaffe bewaffnete mutmaßliche Angreifer in den Außenbereich der Hochschule geflohen sein. Dort beging er dann Suizid. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Laut Sicherheitskräften sprechen dafür alle näheren Tatumstände und auch die bislang bekannten Informationen zu dem Amok-Schützen. Auf dem Campus im Stadtteil Neuenheim im nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020